Tatkraft und handwerkliches Geschick sind in dieser Woche bei den Schülern des 7. Jahrgangs der Oberschule Elsflit gefragt. Karl-Heinz Ratschek und Axel Warnten sind mit dem EWE-Mobil zu Gast an der Schule. Die beiden haben Koffer mit verschiedenen Modellen mitgebracht. Die Elsfliter Siebtklässler bauen ein Mini-Windrad. Die einzelnen Bauteile, die in dem Modellkoffer genau aufgelistet sind, müssen die Mädchen und Jungen selbst herstellen. Sie kürzen zum Beispiel die einzelnen Teile auf die richtige Länge und fräsen und bohren Außen- und Innengewinde in kleine Röhrchen. Den nächsten Schritt können Sie in einer Bauanleitung noch einmal nachlesen. Doch die Schüler helfen sich auch gegenseitig, sodass am Ende jeder sein eigenes Mini-Windrad fertigstellen kann.